Die Große Koalition verbietet nicht Organisationen von Links wie Attacke und Vereinigende Verfolgung des Naziregimes, sondern erkennt ihnen die Gemeinnützigkeit ab, also stranguliert sie finanziell. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr deswegen in der VVN, weil sie nicht nur den Rassismus bekämpft, sondern auch den anderen Kern des Faschismus, nämlich antigewerkschaftlich und antisozialistisch und antikommunistisch. Alles das, was dann in Buchenwald in dem Konzentrationslager zusammengepresst wurde, darunter auch Leute aus meiner Familie. Und ich kann nur sagen, wenn ihr denen helfen wollt, tretet in die VVN ein und helft den Antifaschisten.